Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Skywars Leute, das fängt jetzt schon mal richtig geil an Und ich hab auch gar nicht mal so'n scheiß Equipment So, nachdem ich dann Equipment bin, sehe ich schon, dass die zwei Nein, Alter, okay, das ist Hasen, okay, das ist schon mal nicht so geil Bin so dumm, ihn zu schlagen, nice, 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 ich hab ihn, ich hab seine Hasen vor Und dann komm ich verabstauben, logischerweise Nice und ich hab ihn, so, nice, da hatte ich auch schon die Air Equipment Ich will jetzt nicht wissen, wie der gerade ausgerastet ist, aber egal Ich denke mal, das passt schon alle Egal, ich bin ganz gut ausgerüstet Deswegen könnt ihr dafür schon mal einen geilen Like nach oben lassen Like nach oben lassen, das ist ganz gut Deutsch So, wo sie, oh nice, es ist der Letzte Und der hat einen schlechteren Pinge als ich Ich hab 23, was wahrscheinlich auch wieder nicht stimmt In der Tat So, und fragen, ob er jetzt kommt, ich mein, ohne Witz Wer kann bei Kuchen, bisschen Glas und im Spinnnetz Wer kann da nicht wiederkommen Oder nicht wiederstehen Mann, ist das ein intelligenter Spieler Er schreibt noch lecker und baut ihn ab So, weg hier, weg hier Hab ich ihn wirklich, hab ich ihn wirklich Okay, der Kampf war jetzt nicht der spannendste Aber egal, das passt schon Für die erste Runde Nice GG auf jeden Fall Deswegen könnt ihr mal auch einen richtig saftigen, geilen Like da lassen Und mal gerne ein Abo da lassen Und wenn euch, scheiße Wenn euch dieser Kanal gefällt Und ja Dann würde ich sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Und tschö Halt die Frenze ARD Text im Auftrag von Funk